Ja, wie spät ihr das Pony-Spiel? Wie geht ihr zu den linken Bus? Hallo, das ist mein Name. Vergesst nicht, diesmal müssen wir ihn retten. Diesmal müssen wir Sommer retten. Mit der Problume spielt Prinets. Jaaa... Prinets kämpft doch wieder. Das heißt, ich bin berühmt. Du kämpfst? Ja, also ich denke, jeder findet Prinets. Jaaa... Naja, das soll hier noch eingestehen. Ich hoffe, die machen das Ende nicht kaputt. Wir müssen das richtige Ende wählen. Nicht vergessen, ne? Verkauft ihr genug Limonade, dass du was zu trinken hast. Okay? Pingli! Ja. Ja. Gut. Kauft ihr genug Limonade und so? Ja. Geht erst mal Geld suchen. Ja. Ja, ich glaube, ich werde es nicht wieder verborgen. Asso. Ja. Hey, warum wird der Bus nicht los? Lass den anderen Bus gehen. Lass den anderen Bus gehen. Der fährt nicht. Der andere Bus. Der andere Bus. Hallo? Der andere Bus. Ja, okay. Wer ist da hinter dir eigentlich? Wer ist das? Oh, ich versteh dich grad nicht gut. Jetzt nützt mein Mikrofon. Ja, halt das Mikrofon aber dichter nicht dran. Die Leute sind gleich wie vier. Sammi geht, geht Sammi. Sammi geht, Sammi geht, Pringli geht Sammi. Da hält dir genug, ob du sowas für das Limonada hast, okay? Pringli, was machst du da? Was machst du? Ich komme. Ich hab mein Mikrofon geholt. Ich bemerkt. Das ist mir sehr sehr laut, ich muss mir leid erscheinen. Es tut mir leid. Sammi, Geld bringli. Und lass uns mit den Kegeln spielen. Kegel. Ja, Geld sammeln. Komm ich schaff's, diesmal schaff ich's. Ja, ich hab den perfekten Wurf, ich hab den perfekten Wurf geschafft. Ja, ich hab alle umgeworfen, ich hab alle umgeworfen, ja. Ich hab alle umgeworfen, ich hab total viel Geld bekommen, ja. Ja, ja, super. Wo bist du Pringli? Kann ich auch noch Geld? Geld? Pringli, wo bist du? Ich steh hier. Leute, Pringli. Wo ist mein Pringli? Wer hat sie gesehen? Wo, 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 wo? Bist du meine Pringli? Ja, du kannst hierbleiben. Jaaaaa. Hier, komm, Kaffee, komm, Kaffee. Also ich kauf was. Ich kauf'n Kaffee, ich kauf'n Kaffee. Nein, kein Kaffee. Kaffee kriegst du doch umsonst von Effendorf. Ja, aber ist doch besser mehr zu haben. Ja, wir kaufen uns doch Limonade. Ja, mehr ist besser. Ich spiel's für schwer, ich bin nicht zu sterben. Ja, es ist auch fast 7 Uhr. Ich schätze, 7 Uhr. ich schätze wir sollten ja auch keine ahnung wie man das ausspricht ich sag einfach so schnell überlegen ich kann die uhr nicht mehr da war 7 p.m. ja ich bin zwei ja man kann ja nur zwei ja ich bin aus dem dach es geht ja schon los bringe hilf mir jetzt bin ich in die jetzt bin ich wieder vor dir wir müssen sommer retten nicht vergessen ich musste das letzte nicht mehr springen kaffee 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 dieser raum war vorher noch nicht verschlossen da hier sind nur die runde kippt k wer war das oh helgmann nicht die lichter eigentlich sollte doch noch stehen oh helgmann ja und du wirst entweder niemals zurückkehren oder ein zufälliges monster wird aus dem zufällig monster scheinen soll es um jeden deutsch das werde ich gelesen ja wer geht denn sich um das muss auch nicht laut lesen du bist extrem laut ich habe mich schon extrem laut gestellt ich müsste euch jetzt ein bisschen ja dann hört dich sehr sehr laut du musst dich eben schon leiser stellen ah wir müssen den nachbarn helfen komm mitbring mich was ist los lass uns hier raus kommen ich habe Angst ich bin auf dem dach ich bin auf dem dach ich muss da rein ich bin auf dem daumen da ich bin glaube ich auch so eine mistgabe nicht länger und besser als bald ach scho wir können laufen ja wir sind ein hund an der treppe da wir können jetzt auch keine waffen nehmen es ist noch wahr das gemäle war auch in unserem haus läuft halt in mich rein nein er hat gar nichts getan er ist in mich reingelaufen nicht reingelaufen okay der tisch ist unsichtbar der tisch ist unsichtbar bei mir nicht nein wo geht sie runter her 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 Ich mag die Stimme vom Bär. Ja, ich bin in Missgabel. Wir gehen kämpfen, wir gehen kämpfen. Guck mal, ich bin in Missgabel, David. Und wo bist du? Jetzt meine Mutter kommt. Hey. Ich hab gerade was gehört. Hey, ich hab gerade was gehört. Nochmal lieber einen Kupfer raus zur Sicherheit. Okay. Nein, sie ist verschwunden. Unsere Tatmacht ist verschwunden. Dann sind wir alleine. Und wir können das richtige Ende wählen. Genau, ist gut. Hey Leute, ist der Mann sonst müde? Du bist immer müde. Genau. Wir haben ein bisschen stein und so Sachen. Ja. Ja. Ich hab zwei Kaffee und zwei Limonaten. Und drei Kaffee. und so Sachen, die machen. Und ich hab mir auch einen tollen Kaffee. Und dann kann man das natürlich nicht mehr so sein können. Ja. Und dann machen wir eine neue Kaffee. Was machen wir? Let's go! Ja, das ist immer so. Nur die Icons mit der Lupe. Ja, zeig das dann auch. So. Wir kämpfen zusammen. Ja. Ich liebe das Spiel, so cooles Story spielen. Hm. So cool wie Break-In. Das war so cool wie Break-In. Das ist die Nummer 2. Aber das ist so eine Pony, also so eine Digital Circus. Das hat gar nichts damit zu tun. Naja, wer weiß. Wir haben uns das Geil beendet. Und die Pompon wieder noch. Kannst nicht lesen. Ja. 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 15 sekunden Setz dich mal hin! Setz dich hin, Trenge! Weg vom Feuer! Weg vom Feuer! Alter, sie muss noch die Minute spät. Ich bitte. Ja! Kann man ja suchen, hier Sachen. Sieht irgendwo Sachen versteckt? Nein, ich kann nix nehmen. Wir müssen ihnen folgen. Was ist nun? Okay, das ist anscheinend nix. Okay, wir müssen die Tür öffnen. Eigentlich ist er ein Schalter, oder? Ja, ich hab'n Schalter gefunden. Bring'n, ich hab'n Schalter gefunden. Der war grad eben noch nicht da, der ist eigentlich gespawnt. Ja, ich hab'n gefunden. Trenge bitte sein vorsichtig. Der eine Post kam so schwer. Trenge, hilf mir! Hilfe! Attacke! Stefan, hilf mir! Bitte hilf mir, Trenge! Ah, Hilfe! Und hier werden nur zwei, jetzt mal was dabei! Ich will auch, wie viele Spieler es sind! Bring'n die Post auf! Bring'n die Post auf! Was jetzt? Ja, weiter, weiter! Na, wie konnten die das öffnen? Nein! Nein, dieser Post kam, der war so schwer, ey! Wir müssen ihn gleich retten, nicht vergessen, ne? Ja! Wir müssen ihn stoppen! Ja! 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 Na spült! Jetzt los変'n, Umsatz mal wieder! Wer ist denn�'n? Panik, Panik! Ah, fängt die gleich aus! Fängt einfach gerade aus! Ah, du springt! Das ist doch in Wonka auch gut! Ja! Panik! Ah, nein, ich dachte wieder Hilfe! Aua! Ah, wir werden beschossen! Ah, Aua! Ah! Nein! 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 Ah, ich wurde getroffen! Aua, Aua! Nein! 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 Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ich weiß doch nicht, Hilfe! Aua! Aua, Aua, Aua! Den? Ja... Aua cheienter, Okay? Aua! Aua... Aua! Auaa... Geht mir... Aua! Nein, ich hab die Hände getroffen! Aua! 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 Nichts! Aua! Und hört sich nicht auf! Gleich. Nur noch einmal. Ja, wo steht denn das? Auch da! Habt man ja nicht gesehen. Ah! Wow, wie schnell! Hingi! Ah, das wird immer schneller! Aua! Oh, ein langer Prozident. Ah! Aua! Lass mich da hoch! Au! Schnell hoch! Hingi! Hingi! Bisschen stark, ein bisschen heißen! Schwarz-Weiß Hingi! Hingi! Bia! Süß! I love you! Let's be banned! Ah! Let's be banned! I love you! Ah! 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 Zweite hinunter wehen! Zweite hinunter wehen! Ja, hab ich gedrückt! ja wir brauchen keine farben ok 4 links später da gibt es nur einen Ende Hey, nee, das ist was anderes. Komm mit! Ich hab Geld! Ich hab ganz viel Geld! Trangie! Ja! Ich war ein Totenkopf, Hilfe! Ja! Okay, das ist das andere Ende, gut. Trangie, renn! Ich verlieh so viel Geld, ich verlieh Geld, hilf! Geld! Geld! Ich liebe dich! Hala, easy! Geht's dir, easy! Ja, Geld, 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 ja! Wow, wie viel Geld wir bekommen haben, guck mal! Guck mal, wie viel Geld wir bekommen haben! Ja! Warum ist das hier noch englisch? Warum ist das hier noch englisch? Warum ist das hier noch englisch? Oh, ich bin gern seit englisch. Guck mal, wie viel Geld wir haben! Mir war's ein bisschen deutsch! Bitch! Ja, wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ja! Das war das Ende! Äh! Ganz kurz, vielleicht mit dem Geld von den Sachen, glaube ich!